Warte... Oh Mann! Aha! Siegerpose! Ja, ja! Ja, ja! Mal gucken, die haben im Rost. 5,4, Jemiché! Den Abschluss müssen wir eigentlich machen mit, wer schafft Event 51 schneller. Ich! Den Gigabonso? Ja! Ach, weißt du doch, wo wir das gegen die beiden Hände gemacht haben, wie wir da abgegangen sind? Oh, ich hab's geschafft und du nicht! Ja, und ich war kurz davor, warte bitte! Wenn ich die Hände nicht schaffe, versuch uns mit den Eisklimmers! Die können es am besten! Das eine bei der Lieblingskarten, warum ist die in Moor nicht dabei? Äh, ist... ne, Gandalf ist nicht der auf Level 9. Nein, äh, den gibt's gerade. Das andere 4, hier müssen wir in Moor gehen. Mr Moore, vader Mr. Game & Moor! Mr Game & Moor! Mrs Game & Moor! Mr Game & Moor! Mr Game & Moor! Mr Game & Moor! Mr Game & Moor! Wir kommen, jeder macht uns unterwegs! Mr Game & Moor! entry Joach 가 caso an bzw. Mog! Ich shit für beide einmal quá topf 3 %! Vom Spiel geschafft! Mr Game & Moor hag! Mr Game & Moor! Mr Game и Moor naturje Mr Game & Moor sie sind immer yeah! Mr. Mo entgegen, für die kleinen Zwischdurfs. Celebi! Ja, toll Mensch, Celebi, weg, 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 Wata-Za-Kaar! Aber seit ich nicht mehr intensiv das Mash-Mas-Zocke, nur mal so, kommt das irgendwie immer. Ich denke mal, ich denke auch mal ein Stückchen das Mash-Mas-Zocke, dann kommt das. Früher habe ich das unterbrochen Tag und Nächte durch. Nein! Oh, ganz doch auch. Every day day and every night night gonna fight, fight, fight to win, a dicky ass man. Alter! Übertreibts mal! Ich schieße sie weg. Ja, machst du super. Pokobai, Mann! Guck mal, ich bin jetzt imba-Kirby. Ich bin Limbo-Kirby. Du bist wenn ein Neger-Kirby. Hey! Du bist dein eigener Antityp. Nein! Ich glaube, mit Kirby kann ich nicht umgehen. Ach, nee. Hier, Mr. Moorgame. Mr. Moorgame. Mr. Moorgame. Peace, Mr. Moorgame, coming to me! Frisch zubereitet von der Geheim-Goblin-Armee! Wann kommt die... Also, wie soll ich denn jetzt? Wann kommt die Goblin-Armee? Stirb, Mr. Moorgame! Ich bin ein ziemlich episches, Zelebay während der Aufnahme kamen, das ist schon... Ja, Mann, voll krass, die können wir Klicks kriegen! Ja! Vielleicht schaffe ich das ja sogar, dass Zelebay als Thumbnail angezeigt wird. Ne, das ist relativ unwahrscheinlich. Alles gut! So viel Glück kannst du auf YouTube gar nicht haben. Deine Mutter kann so viel Glück nicht auf YouTube fahren. Hey, was willst du denn? Ich will schon lachen. Nein! Immer dieses heimtypische Goldiegel. Ja! Aber am heimtypischsten ist immer noch... ...Shanera! Oh, Schanera, ey! Mein Bruder hat die früher mal weggekloppt. Kaum kam Schanera, hat er auch wie eingeprügelt, bis sie wieder weg war. Loll. Auch hier? Ja, 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 da kommt das! Das ist voll heimtypisch, aber es tötet eigentlich. Ey! Ja, die... Ach so, ich dachte, du meinst das Schanera aus dem Pokéball. Das Pokéball? Ach so, das. Ja, habe ich auch immer getötet. Nein! Es hat ein paar Items neu gelassen, ja. Und es ist tot. Ähm, was soll das? Die haben beide noch ein Leben. Ich sage ja, ich hasse diesen Map. Ist doch eine der einfachsten. Nein, ich mag die überhaupt nicht. Vor allem, Computer verzweifeln gerne mal jetzt. Bei Kleinstein weg ist es, wenn man von Cognito zu Cognito. Ja, boah! So, Schiggy, aqua-klamme! Ja, super! Schiggy! Ja, super! Schiggy! Ja, super! Ich glaube, wir brauchen eine Rebranche. Vor allem dieses Schwert. Es wurde angekündigt, dass Cognito in diesem Spiel das Schwert einsetzen kann. Du hast Cognito wie zum ersten Mal begegnen. Leck mich! Ich habe schon dreimal gesehen und jetzt kommt erst die Meldung. Oh, heute ist der 10.2.2011. Es ist gerade 17.34 Uhr und 7.50. Cognito! Ich habe Cognito wie schon zweimal gesehen. Ich habe mich damals schon gewundert. Kommt da keine Meldung? Oh Gott! Jetzt kommt die erst. Ich will keine rosa Schuhe, Haltschuhe haben. Okay. Jetzt sag ich Geld! Was? Ich will! Ich will! Yeah! Leidensystem! Meine Heimat! Ha! Von wegen. Mr. Gannendorf. Von Mr. Gay and Watch. Naja. Ich glaube, Mr. Morgan ist besser. Mr. Moore and Gay! Ack mal mit Mr. Moore und Game in Sawb... in Titel und um Mr. Moore und Cheleby... Und Mr. Moore und Cheleby in Super Smash Bros. aus Brawl... Willi! Ye he 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 ich habe früher mal die Kanonen kaputt gemacht... Ich wusste, ich erst gar nicht. Ich saß, ich traurig. Ich saß nicht da. Ja, hab's rausgefunden, ne? Übrigens, hat sich grad ein A-Wing mit geschleift. mitgeschliffen ging ins Traum wollen das beste Alter Deinemut so gut schlagen können Prozent mit wir haben dort kommt rein und dass er so das tut dass die Tüte aus dem Spiel seitdem er hat durch das bei Samstag für mich auch immer trifft egal wie weiter weg ist und so kann man immer einen drin stehen und man trifft nicht der steht ein paar Meter neben mir und russet mich nur durch den Tut ahl der Brod-Stosser des Todes ist wütlich äh tut es nicht ist wütlich wütlich Nein Was passiert denn? Ja wir haben Chanera Alter verdammt Chanera wird weggetragen was soll das denn? Alter meine ganzen Eintels werden weggetragen Hallo Prozent nur den Fokke Ball die Maggi die L Samo und Geld kriegt eine Kürzberg die Trauze um es sagt Gannendorf Gannen und Dorf das ist nur die Wettbewerbs der Besucher die Armee aber vom Kumpel jetzt zum Beispiel Und so, runter mit dir, Gando. Ein Battle. Ich gegen Mr. Moor endgame. Oh Mann. Ein episches Battle der episch Eid. Pass auf vor seinem Schlüssel. Oh, oh. Ich bin runtergeflogen, wo das mitgekippt haben. Das kann doch nicht sein. So, das war schon mal mit dem Stärken, die Läden in der Läden. Ich meine, sonst würden die nicht essen sterben. Wo ist es nicht? Wo ist es eigentlich aktiviert worden? Wir haben gesagt, wie. Mein Prokop bei Mr. Ganentor. Ist es damit? Nein. Fuck. No Mann. Ist das da noch? Ja. Ich bin ein PC und Windows 7 war meine Idee. Du meinst, du meinst. Ha, 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 ha. Nein. Du meinst, du meinst. Du meinst, du meinst. Was machst du? Was machst du denn? Wie zu? Ich weiß. Ich weiß, was du. Echt schon, die Wenda? Ich dachte, wir machen noch mal ein Turnier. Du hättest du. Oder das? Das ist doch Fall des Nächsten ist doch geil. Du hättest du, das war auch viel geiler. Fall des Nächsten. Okay, du hättest du. Untertitelung des ZDF, 2020